Unser Magen ist sauer. Damit meine ich jetzt nicht seinen Gemütszustand, sondern vielmehr seinen Inhalt, nämlich die Magensäure. Die muss aber auch sauer sein, denn sie hat die Aufgabe, unser Essen zu zersetzen und Bakterien abzutöten. Problematisch wird es, wenn die Magensäure in unsere Speiseröhre zurücksteigt. Das ist allgemein unter dem Begriff Sodbrenn bekannt. Das brennt wirklich tierisch und man hat zusätzlich so einen unangenehmen Druck hinter dem Brustbein. Also genau hier. Viele Menschen denken, dass das hauptsächlich durch saure Getränke und Lebensmittel ausgelöst wird. Und dass, wenn wir zum Beispiel eine Zitrone essen, der Magen noch saurer wird und dann das typische Brennen verursacht. In einem kleinen Experiment möchte ich heute testen, ob das wirklich so ist, also ob Zitronen tatsächlich den Magen saurer machen können. Wie sauer eine Flüssigkeit ist, kann man mit einem pH-Streifen messen. Der sieht so aus. Wenn man den in eine Flüssigkeit taucht und er wird rot, dann ist die Flüssigkeit sehr sauer und hat einen pH-Wert von 0. Wird der Streifen allerdings eher bläulich, dann ist die Flüssigkeit basisch und hat einen pH-Wert von zum Beispiel 12. Ich habe hier eine Schale mit Essigessenz vorbereitet, die in etwa so sauer ist wie unsere Magensäure. Hier noch ein kleiner Hinweis. Bitte dieses Experiment nicht zu Hause nachmachen. Essigessenz kann die Haut verätzen und man sollte wirklich vorsichtig mit ihr umgehen. Ich halte jetzt mal einen pH-Streifen in die Essigessenz und wir schauen, was passiert. So, wird ordentlich rot. Ein bisschen abklopfen und das Praktische ist ja, wir haben eine Farbskala, wo wir sehen, ja, das ist so, also mindestens eine 2 tendiert sogar ein bisschen Richtung 1. Also ich sage mal einen pH von ungefähr 1,5. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn man Zitronensäure nimmt. Also, schön einmal Zitrone ausgequetscht und dann ein wenig reingeschüttet. Wieder ein pH-Streifen. Eintauchen und gucken, was passiert. So, und der ist zwar auch rot, aber nicht ganz so rot. Also der liegt quasi schon irgendwo zwischen 2 und 3, also 2,5 pH. Und das Ganze heißt ja, wenn ich jetzt eine Zitrone esse, das ist mein Magen mit der Magensäure und ich esse jetzt die Zitrone, würde ja quasi der Zitronensaft in die Magensäure kommen. Und jetzt können wir das Ganze nochmal messen und gucken, was da für ein pH bei rauskommt. So, ein bisschen zu lang, nochmal messen, zack. So, und was sieht man? Der pH liegt jetzt ungefähr bei 2, das heißt, die sehr, sehr saure Magensäure ist durch die nicht ganz so saure Zitronensäure ein bisschen entschärft worden. Bedeutet also, die Zitronensäure beeinflusst nicht, wie sauer unser Magen ist. Das kann sie auch gar nicht, denn sie ist ja etwas weniger sauer als unsere Magensäure. Der Grund, warum Essen ab und zu Sodbrennen verursachen kann, ist ein ganz anderer. Wenn ihr beispielsweise ganz viel fettigen Braten bei Oma gegessen habt, dann kann es schon mal passieren, dass die Säure in die Speiseröhre aufsteigt. Denn fettige Speisen sind schwer verdaulich und führen dazu, dass mehr Magensäure gebildet wird, die sich dann nach oben drückt. Außerdem führt reichlich fettiges Essen zu Übergewicht und dadurch kann ebenfalls ein starker Druck auf den Magen entstehen durch den dicken Bauch. Es kommt aber auch immer darauf an, was euer Körper gut verträgt und was nicht. Auch solltet ihr aufpassen, wenn ihr unter ständigem Sodbrennen leidet. Da könnt ihr die chronische Reflux-Krankheit dahinter stecken. Die Ursache ist meistens, dass der Schließmuskel, der den Magen gegenüber der Speiseröhre verschließt, nicht mehr richtig schließt und deshalb die Säure nach oben steigen kann. Dann solltet ihr auch darauf achten, was ihr esst. Zu viel Obst kann hier tatsächlich nicht gut sein. Hier kann es dann auch sinnvoll sein, die Ernährung umzustellen. Am besten fragt ihr euren Arzt oder eure Ärztin nach Tipps. Ich hoffe, ich habe euch durch mein Experiment ein bisschen die Angst vor einer Übersäuerung nehmen können. Wenn ihr Zitronensaft trinkt oder eine Zitrone esst, passiert meistens nichts mit dem Magen. Ihr könnt also bei dieser Vitamin-C-Bombe ruhig mal öfter zugreifen. Denn, dass eine Zitrone den Magen sauer machen kann, ist und bleibt nur ein Mythos. Der Magenkamp solltet ihr ein wenig TatemIS weden in der Saarbeid fest Gonzalez werden. Vielen Dank.